Wenn ich an meine Kindheit denke, dann ist das erste, woran ich mich erinnere, das große Wasserrad unserer Mühle. Es hat mich immer fasziniert, mit welcher Kraft das Wasser das Rad angetrieben hat. Und dann weiter und weiter die unbekannte Ferne geflossen ist. Ich bin Lukas Fuhlmann und acht Jahre alt. Ich bekenne mich meiner Sinsen. Ich war zornig. Warum warst du zornig, mein Kind? Ich möchte wissen, was es da draußen in der Welt gibt. Du musst deine Zornen züllen. Darf ich dann irgendwann zu den Bergen? Es gibt ein Kloster, tief im Wald. Weit oben in den Bergen. Und dort gibt es einen alten Turm. Er birgt ein Geheimnis. Ein Rätsel, das gelöst werden will. Lass uns spielen, Lukas. Seitdem klammere ich mich an die schönen Dinge um mich herum. Aber in mir drin ist nicht mehr viel übrig. Keine Angst, es bleibt ein kleines Geheimnis.